Na gut, nächste Rund. Juventus gegen Salzburg. Na gut, Standardspruch, dann bleibe ich gleich so. Das habe ich noch immer nicht umgestellt. Was denn? Ne, ich habe ihn auf der Reservebank sitzen lassen, nämlich nicht. So auf die Bank gegeben habe zum Beispiel. Oh. Ja, heute ein erster Einsatz geholt. Diese Saison. Jetzt einfach von Anfang an ran. Aha. Von dem hat man eigentlich nicht viel gesehen, aber ist falsch. Ja, Juventus hat das erste Spiel 3 zu 0 gewonnen. Salzburg hat das erste Spiel 2 zu 1 knapp aber doch verloren. Das heißt natürlich, Punkte wären wichtig. Ja, gegen Juventus wird das natürlich nicht leicht werden. Na gut. 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 Ich hab mal in Juventus noch der letzte, der noch nicht gespielt hat. Bei mir. Da hat er den Ball schon mal abgefangen. Jetzt kriegt er dann gleich wieder Giornizio. Scheiße. Ich hab mir da mal vor. Chelsea. Mal vor. Das war jetzt ein schneller, Führungstreffer hier, mit guter Einstand Malfi, und das gibt das auch, das auch, naja fünf Minuten, die sind schon sehr heiß hier Ups Nichts, sieben Minuten gespielt, zwei jährige Karten Läuft Oh 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 Schön Das wäre das Sockschießen ab Der kommt da tatsächlich noch zum Schuss Und da der Goli hingeht, fliegt er mit Und er fliegt, fliegt, fliegt Oh Feierliche Flanke Oh Wenn man legt, die Blase ist am Boden Oh Oh Abseits Alter Mach dir Scheißen, Alter Oh Ja Oder Da Oh Ups, I did it again. Oh, da hat er jetzt einen Nebenkopf. Oh, da hat er echt einen Nebenkopf jetzt. Was, echt hat er? Das sieht man jetzt leider nicht mehr. Alter. Analyse, die zweite, bitte. Alter. Ja, hinter dir das zweites Tor. Oh, schau. Oh. Ja, hat er. Er hat dann eben gehört. Ja, aber Salzburg versteckt sich nicht. Wundervul belohnt. Nein. Scheiße. Das dunkle Gap. Danke. Den habe ich jetzt schon vom Platz gegen gesehen. Oh. Boah. Ja, meiner. Wenigstens einer, der gelbbelastet ist. Ich habe mir schon gedacht, hoffentlich nicht einer, der. Ja. Probieren wir es. Wenn wir es nicht wissen, wie es läuft dann. Armstrong ist verletzt. Muss vom Platz. Ja, und dann. Aber ganz klar. Das ist Statistik. Das war's. 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 Oh, schon, Mendy. Oh. Oh, da gibt es nix. Oh, ganz wichtig hier. Oh, ganz wichtig hier. Oh, oh. 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 Nein, das ist bitte, bitte jetzt. Oha, das habe ich jetzt gar nicht gesehen mehr. Oh, jetzt sind alle hingedrückt und andere verwischt damit. Oh, der hat den aber nur gestriffen. Ja, billig aber, ja. Ja, und Salzburg führt damit. Oh, der ist der erste Treffer in Wiesengenau. Oh. 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 Gut, zum Wechsel. Ja, wechselt bei Juventus. Oh, der war wichtig. Der war wichtig. Dass der Fuster noch dazwischen war. Oh, der kämpft sehr brav, auch defensiv. Das sind alles wichtige Sachen. Oh. Oh, wenn ich so wusste, dass der so abfährt. Oh. Oh. Oh, der geht zu locker da. 29 Minuten sind es noch. Oh. 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 Oh, brrrr. Oh, ich werde ja nicht gleich rausspielen. Brrrr, jetzt ist man schon ein bisschen ratlos. So, du bist mir zu gefährlich, aber auch mit der Gebenkarte. Man möchte da jetzt nichts riskieren. Ja, und man bringt noch einen Offensivspieler, die Balle schon ein bisschen fertig hier und eben auch Geld belastet. Oh, das war so schön. Keine Ahnung, wer den jetzt geschossen hat, aber der war nice. Hintersee. Und ich muss, ich muss dir ja Danke sagen. Figo ist jetzt viel präsenter. Oh. Puh. Das war ja schon. Da war ja los, am Morgen haben. Oh. Schade. Schade. 1. 2. 3. 6. 6. 7. 7. 9. 11. 11. 12. 11. 12. 13. 14. 14. 10. 14. 15. das war jetzt billig nein das war es nicht das haben wir nicht gehört jetzt mit ihm kann ich obwohl er sage ich von den freistaute guten wahrscheinlich einer der besten hat kann ich ihm nicht so gut falsch beschließen warum tust du es dann das war der ball in madawa ja die sensation ist perfekt kämpferisch belohnt worden hätt ich dir nicht geglaubt ja nach diesem start eigentlich will ich auch gute batterie gedreht und das zweite spiel heute das durch einen elfmeter entschieden wurde eigentlich ja das ist ein kräftiges lebenszeichen von salzburg die die ersten zwei saison sich dahin gezittert haben immer haben jetzt schon mehr punkte als die ersten zwei saisonen zusammen glaube ich das war 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 Ja, das ist gut.